Musik 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 Wie findest du es, wenn deine Eltern Fotos von dir machen? Das finde ich dumm, weil meine Mutter macht jede halbe Minute ein Foto von mir. Da muss man immer still sein und ein gutes Gesicht haben. Ich finde es eigentlich schön, wenn ich fotografiert werde, weil ich dann Erinnerungen habe oder sowas, wo ich mal war. Die Eltern nicht tausend Fotos machen sollen, weil mich das stört, dass das so lange dauert, manchmal. Wo ich klein war, fand ich es immer sehr lustig, Fotos zu knipsen und auch selber fotografiert zu werden. Gibt es auch Situationen, in denen du nicht fotografiert werden möchtest? Während dem Duschen oder Zähneputzen, das finde ich auch nicht schön. Und während dem Schlafen auch nicht. Schicken deine Eltern die Fotos an andere Personen? Fragen sie dich davor? Sie machen schon Fotos, aber wenn sie sie verschicken oder in den Familienchat stellen wollen, fragen sie immer. Bis jetzt konnte ich immer Ja sagen. Also sie sagen mir immer an wen und wenn ich Ja sage, dann verschicken sie es halt an die und wenn Nein, dann eben nicht. Jeder weiß und denen, äh, sag okay und du darfst es wieder weiterschicken an jemanden, aber der mich auch kennt. Wenn ich Nein sage, dann dürfen sie es nicht. Manchmal möchten sie einfach Videos von mir machen und ich bekomme das eigentlich gar nicht mit, aber dann sagen sie es mir einfach und fragen mich, ob sie es weiterschicken dürfen. Also dann macht sie Fotos von mir und dann kann sie die zu meiner Familie schicken und dann können die das sehen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.